Willkommen zu Tag 4 bis 7. Ja, kleine Zusammenfassung nochmal. Der Account ist farmfrei. Es gab gestern nochmal... Der Nachbar Shiva ist einmal vorbeigekommen, hat die Tiere gekillt, hat leider ein paar Rohstoffe bekommen, weil ich zu der Zeit nicht da war, ist aber egal. Ja, ansonsten, ich hab das Dorf weiter aufgebaut. Ich hab immer noch jede Menge Diebes gut zu verkaufen. Ich hab immer noch jede Menge Quests. Also an Rohstoffen mangelt es im Moment nicht. Ich hab inzwischen auch ein neues Dorf. Ich weiß nicht, vor ein paar oder vor ein, zwei Stunden gerade erst gesiedelt. Und ja, ansonsten, der Account ist farmfrei. Experiment ist geglückt. Königreich hab ich jetzt noch nicht... Mich noch nicht drum gekümmert, weil eigentlich hatte ich jetzt vor, den Account wieder zu löschen und einen neuen anzumelden. Und das Experiment dann zu wiederholen. Aber mir ist eingefallen, brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja diesen Account einfach wieder inaktiv werden lassen. Ich denke mal, ich werde jetzt das neue Dorf morgen noch ein bisschen ausbauen. Und dann, ja, werde ich ihn halt wieder... Ja, mal gucken. Mindestens eine Woche, das wäre grau wert. Vielleicht zehn Tage oder so. Über die Lobby kann ich ja beobachten, ob der wieder angegriffen wird. Und ja, wenn ich mit den Angriffen einigermaßen zufrieden bin, dann wiederhole ich das einfach mal. Das wird ein quasi Versuch 2. Und ich hab mich auch mal in Welt 5 angemeldet, weil mir das... Also es kamen ja einfach keine Angriffe. Ja, der war jetzt fast zwei Wochen inaktiv. Und insgesamt hat der Account 68 Angriffe, was schon ein bisschen traurig ist. 68 Angriffe würde ich eigentlich an einem Tag rechnen, mindestens. Aber wie man sieht, wird ja scheinbar kaum gefarmt. Jedenfalls habe ich mich da jetzt auch nochmal angemeldet, beziehungsweise eingeloggt. Und ich werde den Account auch ein bisschen... Ja, ich weiß, ein paar Tage nochmal ein bisschen weiter ausbauen. Und dann werde ich den ebenfalls wieder grau werden lassen. Und mal gucken, vielleicht wird er dann ja mal gefarmt. Ja, ansonsten wäre es das dann erstmal. Ähm, das heißt, das nächste Video zu Travian wird es dann in frühestens 10, 11, 12 Tagen Ärmung geben. Tja, das wird dann Versuch 2. Vielleicht klappt es da besser mit dem Gefarmtwerden. Es ist ja wirklich nicht so einfach. Jedenfalls, ja. Ich hoffe, ihr guckt dann auch wieder rein. Und guckt mir ein bisschen beim Rumluden zu. Und bis dahin, dann macht's gut.